Wenn du so nett wärst, einen Flick schlägt bitte. Okay. Äh, action! Alles klar, ready? Ich bin bereit, du? Bist du überhaupt bereit? Ich weiß nicht. Hast du vorbereitet? Ich hab mich ein bisschen vorbereitet, aber kurz vor knapp. Okay, auf geht's. Herzlich willkommen bei Einnahmes Werchmo. Dankeschön. Steigen wir mal locker ein, ne? Du ziehst in eine neue Wohnung ein, in eine WG. Du brauchst aber noch zwei Mitbewohner. Julian Brandt, Emre Can oder Marco Reus? Einer muss weg. Marco Reus. Warum? Private Gründe. Nein. Marco. Weil der mehr so Familienmatch ist? Nein. Nö, nicht deswegen. Okay. Weil ich jetzt einfach so gesagt hab, Marco. Okay, alles klar. Ja, bevor ihr reinziehen könnt, also jetzt wäre Julian Emre und du, ihr zwei. Ich stell mir das gerade vor, Alter. Wie wär das? Was willst du sagen? Äh, Jule wär so der Typ, der so die Mucke bei uns angemacht hätte in der Wohnung. Ah. Als DJ spielen würde. Emre wäre auf dieser Tanzfläche. Ja, und ich würd mir das Ganze anschauen. Bevor ihr einziehen könnt, müssen natürlich erstmal noch eure Möbel in die Wohnung. Ja. Ja, erzähl. Also braucht ihr noch zwei richtig starke, hier, Bizeps-Umzugshelfer. Rafa Guerreiro, Ansgar Knau oder Jude Bellingham. Einer muss weg. Mit, äh, mit, äh, Rafa kann ich nix anfangen. Ich würde Ansgar und, äh, Jude. Die würden helfen? Ja, die würden helfen. Also Rafa kann nicht helfen, weil? Ja, weil das nicht seine, äh, seine Stärke ist, ja. Okay, Verschütung. Jetzt mal, äh, ab von deinen Teamkollegen. Wenn du in deiner eigenen Weltelf selber im zentralen Mittelfeld spielst und da sind noch zwei Positionen frei. Sind den Zidane, Andrea, Pirlo oder Xavi? Einer muss weg. Ähm, Pirlo. Pirlo weg. Zidane und Xavi gesetzt. Zäh. Du nehmen Zidane und Xavi. Wie würde das aussehen? Flüssig halt, ne? Was ist das? Will laufen. Will laufen. I love it, alles. Zäh. Ey, man darf seine Ziele jetzt auch nicht, äh, aus den Augen verlieren, ne? Willst du mir jetzt sagen, dass ich, äh, nicht davon träumen soll, dass ich auf so ein Level komme? Doch. Finde ich jetzt scheiße von dir. Sorry. So, ich glaub da immer noch. Hier im Trainingslager, ne? Hast du nur noch Zeit, das haben wir ja gerade bemerkt, Zeit ist noch ein bisschen knapp, hast du nur noch Zeit für zwei Medientermine? Podcast aufnehmen, Fernsehinterview oder ein Fotoshooting? Eins muss weg. Fernsehinterview. Fernsehinterview willst du nicht machen, da ist das ja gerade top, was wir hier machen, oder? Das ist jetzt entspannt. Aber beim nächsten Mal werden die vier. Ich wurde gezogen. Äh, Mo, andere Sache. Du musst dich ja momentan zum Training fahren lassen. Mhm. Für den Hin- und Rückweg brauchst du also jeweils einen Fahrer. Mhm. Nico Kultz? Manuel Akanji? Oder Gio Reyna? Einer muss weg? Gio Reyna muss weg. Gio Reyna muss weg. Gio Reyna? Der gerade erst dein Führerschein hat? Und da traust du ihm noch nicht mehr zuletzt? Nee. Niko, Niko macht das schon sehr ordentlich und sehr professionell. Ja. Der macht das eh immer mit dir? Der macht das sehr gut, wirklich. Okay. Wie hieß das? Danke Niko. Hä? Wie macht der? Sehr entspannt, ja. Hat immer im Wasser da, hat äh, gute... Eher einen guten Fahrstil. Sehr vorausschauend, ähm, ja. Einen guten Duft in der Karre. Das zählt auch? Und eine gute Musik, muss man sagen, ja. Okay. Was läuft so? Der mich auf einen guten Level bringt. Was läuft so? Äh, alles mögliche. Ich schätze es sehr, mit dir zu fahren, Niko. Danke dir, wirklich. Ja. Das musst du auch mal raus. Danke dir, Niko Schulz. Mo, wo du gerade Musik schon selber angesprochen hast, ne? Du kannst ja auch ziemlich gut singen, ne? Ja. It's my day! It's my day! It's my day! Jetzt, aufgrund deiner, dein Talent beim Singen, bist du jetzt Teil von einem Rap-Trio? Boah, geil. Du darfst dir noch deine beiden Feature-Kollegen aussuchen. Erling Haaland, Emre Can, Julian Brandt. Einer muss weg. Emre Can. Emre Can fliegt raus. Mhm. Ist das die Rache? Weil die Frage haben wir Emre damals schon mal gestellt und er hat auch dich rausgekickt. Nein. Swimpol, oder deine Mutter weint, weil dich im Knast besucht. Das ist so schlecht von mir. Jetzt kennen wir ja so ein bisschen deinen Look, den du manchmal auch ausführst. Also, Schnurrbart, läuft ja bei dir. Oh, herrlich. Mag ich. Das ist halt ein Hiwan-Modus. Jetzt bist du... Aber... Kann ich ja nicht jetzt hier beim Fußball... Da nicht, oder? Aber du bist jetzt... Nur im Urlaub. Im November gibt's ja immer diesen Mo-Vember. Kennst du ja alle immer? Ja, passt ja auch zu mir mit Mo-Vember. Genau, eben Mo. Mega. Ja. Du brauchst jetzt aber noch... Du bist quasi das Bär-Gesicht für die Kampagne. Du brauchst noch zwei Kollegen, die auch dabei sind. Felix Paslak, Erling Haaland, Matteo Morey. Einer muss weg. Erling muss raus. Da haben wir letztens noch gesehen, wie gut ein Schnurrbart aussieht. Du musst da raus. Ah, stimmt. Warte. Dann tun wir Morey erstmal raus. Morey? Ja. Okay, dem steht kein Schnurrbart. Okay, alles klar. Du hast Ahnung von der Sache. Deswegen vertrauen wir da mal auf dich. Mo, wir sind schon... Fast beim Ende. Bei der letzten Frage? Schade. Echt? Hat dir nämlich Spaß gemacht. Ja, genau. Aber als nächstes gibt es nämlich einmal ein Einer muss weg Special. Und du darfst jetzt auswählen, welche Kollegen das hier als nächstes spielen sollen. Marco Reus, Julian Brandt, Mats Hummels. Einer muss weg. Mats Hummels. Mats Hummels raus? Mhm. Also nächste Folge Einer muss weg mit? Mit Marco Reus. Und? Julian Brandt. Einer muss weg. Boah! Boah! Okay, passt Mo. Vielen Dank dir. Danke euch, liebe Zuschauer. Ciao, 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 ciao.